Entschuldigung, mein OBS ist abgestützt. Entschuldigung, mein OBS. Ja, ich komme. Ach, mein OBS ist abgestützt. Okay, 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 okay. Okay, was muss man machen? Was muss man machen? Widersetzen, 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 widersetzen. Verpisst dich, verpisst dich, verpisst dich, verpisst dich. Ich hab gewusst, ich hätte dich da lassen sollen. Ja, verpisst dich. Warte, warte, die geht mit dem Messer. Ja, warte, warte, lass dich kurz herumreden. Bitch, du hast nichts. Was ist das? Was zur Hölle? Schlampe, was hast du getan? Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkommt. Was ist das? Ich kann sie hören. Ich kann sie hören. Warte, was hast du getan? Ich kann sie hören. Ich kann sie lernen. Ja, ich kann sie hören. Ja, ich kann sie hören. Aber ich kann sie nehmen. Oh, Mann. Ach, Gott. Ja. Oh, eine Angst. Angriff. War pissig. Schlampe. Oh, mein. Oh, ich hab gedacht. Oh, Scheiße. Verdammte Scheiße. Oh, ich hab gedacht, dass ich fühle mich auf dich. Oh, Gott. Du bist tot. Du bist am Arsch. So. Ich glaub, ab hier weiß ich nicht mehr, was passiert. Also, das hab ich noch gespoilert, aber ich glaub, ab hier wird's dann neblig. Dachboden, nein, ich will nicht auf den Dachboden. Nein, keine aufgehende Türen. Oh, die nehm ich auf jeden Fall mit. Die nehm ich auf jeden Fall mit. Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Handgranaten? Okay. Aber das, das war grad echt, echt. Also, nicht jetzt irgendwie, um das Spannend zu machen oder so. Ich hab echt gedacht, dass irgendjemand rein ankam. Weil mir nicht mehr sicher, ob die Geräusche im Spiel waren oder... Ja. Mindfuck ohne Ende. So, ich bin jetzt auf dem Dachboden. Dreckslicht funktioniert immer noch nicht. Was ist hier? Okay. Ja, wo muss ich hin? Ja. Es hieß doch Dachboden. Ich muss Dachboden. Aber ja, wir könnten mal abspeichern. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Das wollen wir. Ich will das nicht nochmal machen. Ach. Ach. Wo bist du, Dachboden? Ja, natürlich komme ich hier nicht mehr raus. Aber da gab's noch... Ah, da gab's noch eine Tür. Beruhige dich. Ähm... Ne. Da? Ne. Hier waren wir noch. Ne. Doch. Hier waren wir auch. Hä? Da haben wir... Arznei geholt. Die Telefon. Tja, dann weiß ich nicht, wo ich hin muss. Das war's. Hm. Hm. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich an was? Ich habe keine Ahnung, was ich machen, was ich? Vielen Dank. Oh Mann, also, nochmal. Wohin? Hier war nichts. Oh nein, ich bin nicht so... Ich kann da nicht runter. Ich kann da nicht runter. Na gut. Also, ich weiß nicht, wohin. Wo muss ich denn hin? Was ist das? Okay. Okay. Die hat übrigens was mit Dachboden gesagt, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe keine Ahnung mehr. Ein Fisch? Das dürfte ein Barsch sein. Keine Ahnung. Oder ein Döbel? Weiß nicht. Die Treppe wieder mit Strom versorgen. Zum Dachboden gehen. Ja? Zum Dachboden. Also, da ist ein Kabel. Und es führt da hin. Oder so. Die Treppe wieder mit Strom versorgen. Ich bin im ersten Obergeschoss. Dachboden. Dachboden. Ne, ich bin noch nicht auf dem Dach. Aber wie komme ich da hin? Also. Erstes Obergeschoss. Dachboden. Dachboden. Hier geht nichts nach oben, ne? Das muss da oben sein, irgendwas muss da oben sein. Aber ich weiß nicht was. Das könnte was sein, oder? Ah, da ist eine Treppe! Komm runter, Treppe! Komm, du! Wie krieg ich die Treppe runter? Na, so nicht. Da ist eine Treppe! Das hat doch was mit den Kabeln hier zu tun, oder? Oh! Oh! keine reaktion warum also das ist auf jeden fall für die treppe hier oben versorgt die treppe mit strom aber um ich muss das mal das ganze haus mit strom versorgen wahrscheinlich bei unten war ein sicherungskasten sicherungskasten dort besser wo bist du die die tue 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 ah hier sicherungskasten und da fällt so ein ding Du bist ein Kiste, du bist ein Kiste, du bist ein Kiste. Du bist ein Kiste, du bist ein Kiste, du bist ein Kiste. Du bist ein Kiste. Du bist ein Kiste, du bist ein Kiste. Was soll denn das noch sein? Ah, hier ist was. Da können wir dieses verwenden. Ah, da haben wir es doch. Ich habe eine Sicherung gefunden. Ah, du! Okay, also ich weiß, ich habe jetzt nicht mehr was passiert. Halt's mal. Halt's mal. Ah! Ist okay, ist okay. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Das du nicht tun darfst! Die hat echt ein Aggressionsproblem, die Tussi. Jetzt sehen wir bald, was du fühlst. Aha ... Da ist kaltes Hähnchen. Schlampe hat meine Hand abgeschnitten. Ich glaub's nicht. Kann ich das jetzt einfach mit Desinfektionsmittel drauf? Nee. Super, jetzt hebt er mir Stimme direkt vor's Gesicht. Lacht nicht, das ist voll schlimm. Boah, solche Paranoia. Oh, eine Knarre, Beste. Okay, gut. Ich hab ganz genau sieben Schuss. Nee, ich hab jetzt elf Schuss. Zwölf Schuss. Mate! Schuhe. Ärztliche Puppe. Komm, 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 komm. Ich weiß, dass du hier bist, Schlampe. Pistole-Munition. Kannst du mal aufhören damit. Ah, mein Fuck ohne Ende hier. Okay. Kann ich da hoch? Schlampe, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, verpill. Boah, bist du, boah, bist du, boah, bist du. Boah, bist du, boah, bist du. Ich ziehle auf deinen Kopf. Bist dich. Hau ab. Ah. Ich hab. Komm mal ab jetzt. Komm schon. Wie oft soll ich dir noch in den Kopf schießen? Counter-Strike ist schon längst tot. Ich liebe dich. Halt's Maul. Verpiss dich. Oh, 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 oh. Du liebst mich? Verrückte Drecks. Wie, du stehst nochmal auf. Ich hab dir zwölfmal in den Kopf geschossen. Ganz genau. Willkommen in der Familie, Jörg. Ach du Scheiße. Willkommen in der Familie. Errungenschaft. 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 Errung, ich fick dich. Ich hab was bekommen. Nicht normal, nicht normal, nicht normal, nicht normal. Das spiel ich nicht mehr. Hast du mir die Hand wieder angetackert? Wo, wo bin ich? Was zur Hölle? Aufgemacht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer, wer sind sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er erkennt gut nicht mal, wenn man es ihm unter die Nase reißt. Oh, leck. Wart mal ab. Der Damm reist aber nicht schon wieder. Geh mir aus dem Weg, Margarine. Nicht schon wieder? Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm ich hol dich. Was ist das? Ist das Dickdarm oder Dünndarm? Komm ich hol dich. Mist, oh Mist, oh Mist, er ist es nicht, er ist es nicht. Halt, verdammte Mal, Margarine. Ich hab das für ihn gemacht. Raus, ihr Verdammt. Du bist ein Mistkerl. Ich war das nicht, Mistkerl. Er ist es nicht, er ist es nicht. Die ist schon besoffen. Das soll ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Ich hoffe nicht. Pisa. Nimm die Aldi mit. Macht mir Angst. Ey. Gänsehaut pur, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ich muss hier raus. Ja, was du nicht sagst. Oh, ich muss ins Bett. Ich schlaf bis Montag nicht mehr. M-m-m. Bitch. Kann ich dich ohrfeigen? What? Weh, du stehst auf. Aber gut. An der Stelle mach ich jetzt auf jeden Fall Schluss, weil ich, äh... muss mich betrinken. Ne, also echt, ne, 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 geht gar nicht, geht gar nicht. Geht gar nicht. Morgen geht's weiter. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hinterliegt das Spiel wieder. Hey, also ohne Spaß, ne, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja. Ähm, wir sehen uns morgen wieder. mit Resident Evil. Ja. Bis dann.